Venimus vidimus amavimus Kapitel 26 Ein neuer Heer und Geständnisse Sag mal, du hast doch erzählt, ihr habt Mulio-Mangel, richtig? Kannst du den hier gebrauchen? Antonius legte den Kopf schief, genau wie sein Bruder es sonst immer tat, und musterte den Germanen. Eigentlich hatte ich geplant, demnächst einfach einen Sammelkauf an Sklaven zu machen, die können ja ruhig billig sein, eigentlich lohnt sich diese eine dann nicht. Doch Gaius Lucius setzte schnell nach. Dieser hier hat Kenntnisse in der Heilung, deshalb hatte ich gedacht, dass er vielleicht gut wäre. Naja, sei's drum. Er hob die Schultern und wandte sich seinen Papieren erneut zu, als stünde das Angebot nicht mehr. Und wie erhofft, dachte sein Sohn einige Sekunden nach und meinte dann hastig, ich könnte schon darüber nachdenken, ich nehme ihn einfach ein bisschen mit zu mir, lass ihn mit unserem Medikus arbeiten und dann sehen wir weiter. Der eigene Medikus der Familie wohnte aktuell bei Antonius Lucius, denn Tiberius war noch bis vor einigen Monaten anfällig für Krankheiten gewesen und die Sterberate bei Kindern war hoch. So hatte man ihn dort eher benötigt. Gaius Lucius nickte zufrieden und entließ sie mit einer Handbewegung. Styrius folgte seinem neuen Herrn durch die Türe und Gänge bis in den Hof. Dort stand bereits ein Wagen, vor dem zwei Maultiere gespannt waren, mit den gepackten Sachen der kleinen Familie. Lucia Major kletterte gerade hinten hinein, ihren Sohn im Arm, als Tiberius laut anfing zu quäken. Er hatte Styrius entdeckt und streckte seine Ärmchen nach ihm aus. Antonius warf einen düsteren Blick in Richtung des Blonden, doch er sagte nichts und wandte sich ab, um auf den Kutschbock zu steigen. Seine Mutter eilte zu ihm, um ihn einen Abschiedskuss auf die Wange zu drücken. Er ließ dies emotionslos geschehen und fing dann an, sich leise mit dem Sklaven, der die Zügel in der Hand hielt, zu unterhalten. Styrius stieg schmunzelnd nach hinten und hockte sich zwischen das Gepäck. Lucia Major hatte sich auf eine Kiste gesetzt, die sie mit einem Kissen gepolstert hatte. Sie schaute überrascht auf, als Styrius auf die Ladefläche kletterte. »Wer bist du? Kommst du mit uns?« fragte sie neugierig, während sie alle Mühe damit hatte, Tiberius auf ihren Schoß zu behalten. »Ja«, antwortete Styrius ruhig, »eigentlich bin ich der persönliche Sklave eures Schwagers, doch im Moment habe ich keine Aufgabe. Ich wurde eurem Mann vom Hausherrn anvertraut.« Lucia nickte verstehend und rügte dann sanft ihren Sohn. »Was ist denn auf einmal mit dir los? Kannst du heute gar nicht still sitzen?« Doch der Kleine ignorierte sie und streckte sich weiter in Richtung des Germanen. Dieser lachte nur leise und lächelte ihn zu. Tiberius' Augen leuchteten auf und endlich konnte er sich aus dem Griff seiner Mutter winden. Er plumpste auf den Boden, seine Mutter sog erschrocken die Luft ein und schlug sich die Hand vor den Mund. »Oh, Götter, ist alles gut mit dir, Tiberius?« rief sie. Doch der Kleine schien keine Schmerzen zu spüren. Er zog sich entschlossen an eine der Kisten hoch und tapste wackelig ein paar Schritte in Styrius' Richtung. Doch er verlor schon bald sein Gleichgewicht und fiel in Styrius' ausgestreckte Arme. Tiberius lachte fröhlich, als der Größere ihn zu sich hob und auf seinem Bauch platzierte. Er stemmte sich mit seinen Beinchen auf Styrius' Oberschenkel nach oben, lehnte halb an dessen Brust und konnte jetzt mit seinen Händen die längsten blonden Strähnen erreichen. Styrius hielt ihn glucksend an der Taille fest und ließ sich von dem Kleinen ins Gesicht patschen. Es störte ihm nicht den Geringsten. Lucia war sichtlich verwundert. »So anhängig ist er eigentlich nicht. Habt ihr euch schon einmal gesehen?«, fragte sie nachdenklich. Der Wagen hatte sich inzwischen in Bewegung gesetzt und rollte durch das große Haupttor. »Ja, haben wir. Lucius war ja regelmäßig mit ihm im Garten und auf dem Hof, wo ich dann auch dabei war«, erklärte Styrius. Lucia nickte und betrachtete die beiden lächelnd. Sie freute sich, dass ihr Sohn mal wieder so viel Spaß mit jemandem hatte. Der Sklave knuddelte ihn und stellte ihn auch mal auf den Boden, wo er sich dann an seinen Beinen hochzog und stolz grinste. Wenn er sich an Styrius' Händen festhielt, konnte er auch schon ein paar Schritte laufen. Lucia bemerkte, dass Antonius sie vom Kutschbock aus beobachtete. Er warf den beiden immer düstere Blicke zu, die Lucia als Einversucht interpretierte. Sie lächelte ihn versöhnlich an und insgeheim fand sie es sehr niedlich, dass ihr Mann sich darüber ärgerte, dass sein Sohn jemanden anderes sehr mochte. Die kleine Gruppe hatte eine Pause auf einer Wiese mit einigen Obstbäumen eingelegt. Es war Mittag und sie nahm gerade einen kleinen Happen zu sich. Lucia hatte Diberius auch schon gestillt, jetzt schlief er friedlich in Styrius' Arm. Dieser kam erstaunlich gut mit einem Kind im Arm zurecht. Er schaffte es zu essen und nebenbei den Kleinen gut festzuhalten. Sie saßen auf einer bunt gewebten Decke, auf die die beiden Sklaven das eingepackte Essen gestellt hatten. Es gab kalten Braten, Früchte, Brot und andere leichte Sachen. Antonius unterhielt sich derweil ein wenig mit seiner Frau über dies und jenes. Lucia freute sich sehr darüber, denn sie wollte schließlich die restliche Zeit ausnutzen, die ihr Mann daheim war. Irgendwann entschloss sie sich dennoch, Styrius einmal darauf anzusprechen. Dich hat Diberius wohl sehr gern. Hast du vorher schon einmal mit Kindern zu tun? Styrius sah auf und seufzte leise. Er schien mit sich zu hadern, was er sagen sollte. Schließlich fing er leise an zu sprechen, um Diberius nicht aufzuwecken. Ja, hatte ich, Herren. Um ehrlich zu sein, Diberius erinnert mich an meinen eigenen Sohn. Lucia war überrascht über dieses Geständnis und auch Antonius hatte zugehört und schien verwundert. Sie hatten beide nicht erwartet, dass der Sklave einen Sohn hatte. Aber wenn dieser etwa genauso alt war wie Diberius, war dies nicht ganz unwahrscheinlich. Du hast also einen Sohn, das hat Lucius gar nicht erwähnt, bemerkte Lucia. Styrius schüttelte leicht den Kopf. Er weiß es auch nicht. Warum? meldete sich Antonius zu Wort. Der Germane schaute so, als ob er eigentlich nicht so viel von sich hatte verraten wollen, doch er erzählte es trotzdem. Er gibt sich immer so sehr die Schuld dafür, dass ich aus meinem Leben, meiner Familie gerissen wurde. Ich wollte ihm da nicht auch noch den Umstand anhängen, dass ich selbst eine kleine Familie habe und meinen Sohn schrecklich vermisse. Styrius schluckte leicht, unzufrieden darüber, dass ausgerechnet Lucius' kaltherziger Bruder seinen beinahe schwächsten Punkt erfahren hatte. Doch er atmete tief durch und wechselte schließlich das Thema. Soll ich das Essen wieder einsammeln? Ich glaube, man könnte langsam weiterfahren. Sein neuer Herr nickte langsam und gab den Sklaven, der am Wagen hatte essen müssen, ein Zeichen. Eigentlich hätte Styrius auch am Wagen bleiben sollen, aber Tiberius hatte erfolgreich protestiert. Der Blonde gab den Racker gerade wieder an seine Mutter zurück, dann half er dabei, alle Sachen wieder in den Wagen zu legen. Es war mittlerweile früher Nachmittag und die Hitze nahm wieder etwas ab, sodass sie sich nicht mehr so sehr in den Schatten verkriechen mussten. Die Fahrt ging weiter und bald erreichten sie die Villa des Antonius Lucius. Sie war normal groß, lag zwischen einigen anderen und besaß, im Gegensatz zu der seines Vaters, nur einen Stall für die Pferde und Mauttiere. Styrius wurde dem Medikus vorgestellt. Er war ein älterer, aber sehr weiser Mann, der sich vor allem in der Behandlung von Wunden auskannte. Styrius würde in dessen Stube schlafen, ein Raum im Erdgeschoss, wo sich unzählige Kräuter, Pülverchen, Werkzeuge und ein Kamin mit einem Kessel darüber befanden. Für Styrius gab es in einer leeren Ecke des Raumes also nun ein Strohlager. Der Medikus selbst hatte ein eigenes kleines Zimmer. Der Ältere ließ Styrius eine Salbe anfertigen, um seine Kenntnisse über die Heilkräuter zu testen. Am Abend hatte Styrius das Gefühl, man könnte sich tatsächlich die Finger abbrauen. So viel verschiedene Salben hatte er an diesem einen Nachmittag zubereitet. Der Medikus entließ ihn erst, als die Sonne schon fast untergegangen war, und er durfte sich noch etwas zu essen aus der Küche holen. Styrius verputzte es auf seinem Strohlager. Der alte Mann hatte sich bereits zurückgezogen. Es fühlte sich irgendwie komisch an. Zuvor hatte Styrius immer Lucius im Arm gehalten, wenn er im Bett gegessen hatte. Der zierliche Körper des jungen Erwachsenen hatte immer eine so schöne Wärme gespendet. Er vermisste ihn so sehr. Doch er hatte wenigstens nun die Hoffnung, ihn demnächst wiederzusehen.